Was hat dir am meisten gefallen während der BAFA-YouLike-Ausbildung? Und wir haben einfach ein paar kleine Spiele gemacht, wo wir neue Sprachen lernen, wir arbeiten wirklich auf der Sprache, aber auch wenn wir spielen. Das ist wirklich interessant und ich habe sehr gut mit meinem Allemann gearbeitet. Und jetzt ist es ein deutscher Team. Genau, wir haben während der Ausbildung die deutschen Regeln gelernt und auch die französischen. Und die sind ziemlich unterschiedlich. Was war dein größer Erinnerung? Das war am Ende des Ausbildungsstages. Wir haben alle in den Ausbildungsstages geschrieben, mit kleinen Worten, sehr nett. Und als ich nach Hause kam, ich habe sie alle lüten. Und es war genial, haben wir in Englisch und in Französisch. Und zu sehen, dass wir so viel Spaß haben. Und wir haben so viel kennenzulernen während des Ausbildungsstages. Die Sickes und in Reifos machen wir danach. Und ich habe sehr stark bei der Ausbildungsstages geient. Und durch diese richtige Spiele mit der Jana Stamm. Wir können Sie sich damit ziehen. Und auswechseln, wenn wir dann zu meinen, いき womg und an zu einemсколько des Ausbildungsstages kamen mit der Rufe beschäftigt, wirulenken примерно mit keineוח grass 내려then oder otra chant Singapore. und. in der Rückstelle und faire aktivsten. Ein approcher zu machen. Wie funktioniert maciertebrauch werden wir hier heute? Sie haben wir Grauen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.